Jo, was geht Leute? Was ist los? Was geht? Gamble Joey ist zurück. Heute wieder im Wasamba Casino. Wir zocken heute eine Runde Dock House. Gucken, ob wir uns da ein bisschen hochplayen können. Liefer jetzt leider nicht so gut in den letzten Slots. Gucken. Wir zocken auf glatt 5 Euro. Turbospiel machen wir. Turbospin. Und gucken mal, ob wir es schaffen reinzukommen. Vielleicht ist es ja soweit heute mal. Ei, 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 ei. Das geht schnell. Ah, wieder. Wieder die zwei Dinger. Jetzt ein schönes Bonus in Dock House. Hätte ich schon Bock drauf. Mal wieder da was zu holen. Jawohl! So, und manchmal kann es dann doch so schnell gehen. Und jetzt mal ein paar Dreier. Okay. Ah, eine Dreier am Ende. Okay. Und Hütten. 13 Spiele. Klassiker. Jetzt brauchen wir ein paar Hütten. Okay, keine Hütte auf den ersten. Jetzt eine Hütte. Bitte, mach doch eine Hütte. Ah, jetzt kann es schnell zwei Hütten hinterher. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Nicht so. Mach doch nicht so. Aua. 36 Euro auf 5 Euro. Ja, was soll man dazu sagen, Leute. Hoffen wir mal, dass wir direkt nochmal reinkommen. Puh. Aber ja, gar nichts. Ei, ei, ei. Da freust du dich so. Und dann macht der so mit dir. Ist das ärgerlich. Ist das ärgerlich. Zumal er echt schnell reingegangen ist. Das war ja geil. Aber dann hat er uns echt die Hosen ausgezogen hier. So kann es natürlich auch laufen. Miese Brise. Ich hoffe, wir kommen nochmal rein. Relativ zeitnah. Das wäre natürlich gut. Wenn er nochmal gönnt. Komm schon. Ja, ich dachte, er geht jetzt auch nochmal rein. Nachdem er sowas... Machen wir weiter. Nachdem er sowas abgezogen hat. Ja. Und da war ich auch richtig mit. Ah, dann muss er jetzt auch mal ein paar Hütten zahlen. Mach drei, drei, drei. Machen wir ein paar Dreier mal. Zwei. Eine, drei dabei. Unten wieder. Okay. Zwei, vier, sechs, sieben, acht, neun, zehn, drei, vierzehn. So, und jetzt direkt drei Hütten rein und abfahrt. Jetzt einen Win holen mal. Okay, keine Hütte, schlecht schon. Mach jetzt nicht sowas. Jetzt macht doch mal ein paar Hütten. Kann ja, ob ich ernst meinen. Eine Hütte. Ey, ganz ehrlich, das ist doch. Das ist doch. Was ist das für ein Müll, ehrlich? Dann spar dir deine Falspiele. Ja, und jetzt am Ende wahrscheinlich noch drei Hütten. 38 Euro. Das ist noch 41 Euro. 90 Euro. Ja, ist klar, 5 Euro. Das jage ich so durch, ganz ehrlich. Kommt jetzt mal oder nicht. Kann aber nicht sein. Geht er dir zweimal rein und macht so. Jetzt will ich aber auch einen Win. Jetzt wirklich, ey. Der muss doch nochmal reingehen, ey. Na gut, ein bisschen tut er gar nichts, ne? Wir sind down. 278. 28 Euro. Oder mal so ein fettes Bild. So, wie der erst macht hier. Wer mehr als verdient. Das ist doch echt nicht mehr das, was mal war, ne? Das Game. Boah, ich hab's früher so gerne gezockt. Ah, aber jetzt. Schön hinten mit Wild, dass du denkst, du bist drin, ey. Oh, jetzt langsam wird's eng. Mies. Mies. Du, bist du. Typ. 88 nur noch. hat das echt so runter gefressen ja so kann es auch passieren leute das war gar nichts ich sehe dass ich nicht genug noch ein dreher so und fertig das war's in dem sinne vielen dank fürs zuschauen macht's gut falls ihr doch mal zocken wollt checkt meine links aus weil es nicht kann natürlich auch immer so laufen macht euch das bewusst spielt nur mit dem geld was überhaupt rein